So, hier unten drin haben wir eine schöne große Klappe für Fisch oder so wie in diesem Fall einfach Anker, Fender, irgendwelche Utensilien und hier haben wir auch nochmal ein Ablagefach, da kann man dann Leinen, Fender, Feuerlöscher, was man eben alles so brauchen. Die Tür kann man natürlich auch selbstverständlich schließen, das zeige ich Ihnen auch nochmal eben. Dann bricht man einfach die Klappe so drüber. Ja, ich hoffe, dass man sich so einen besseren Eindruck machen konnte, wenn noch Fragen offen sind, wenn Sie noch spezielle Videos sehen möchten, sagen Sie mir einfach Bescheid. Vielen Dank. Vielen Dank.